Frau Wiedt, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Auf wen freuen Sie sich heute besonders? Ich lasse mich überraschen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Einzelnen. Nein, ich habe es also nicht so ganz verfolgt, weil ich aus Österreich gerade auch komme. Aber ich freue mich auf jeden Einzelnen, der diese wunderbare Ehrung bekommt. Was verbinden Sie mit der Goldenen Kamera? Meine eigenen zwei, über die ich mich damals sehr gefreut habe. Ich weiß, wie bewegt man da ist. Ich freue mich eigentlich fast täglich, steht in meiner Bibliothek oben. Leider glänzen sie nicht mehr so golden. Wir haben etwas partynah angesetzt. Schöne Erinnerungen und eben einfach auch ein erfülltes Berufsleben. Gibt es aktuelle Projekte? Wir sind dabei, möglicherweise etwas zu entwickeln. Ja, und aktuell wird diese Sawatzky-Serie, die Bundschuhs, Familie Bundschuh weiter gedreht. Da bin ich auch drin. Schön, da freuen wir uns drauf. Einen schönen Abend. Danke, Ihnen auch.